Uli kamen unten, sind dann nochmal auf jeden Fall hier, sind jetzt hier im Todstudio, wir zeigen aber nichts, das ist alles nur geheim hier, jung, brutal, gut aussehen, 15, werden wir heute aufnähen, wir haben noch ein paar Überraschungen für euch, auf jeden Fall so am Start, mit dabei ist auf jeden Fall Babassat, habe ich gerade schon gesagt, geschrumpft, wir nennen ihn auch Schrumpfkartoffeln, und noch ein super krasser Double Time Rapper, ja der kann Double Time, der kann alles, ja, 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 wer auf jeden Fall gespannt ist, wer dieser Rap-Ausbruch halt ist, den es eigentlich schon länger gibt, wie Müller Milch bei Aldi, aber noch nie gehört, das wirklich so, weil keiner so drauf achtet, sehr macht's schuld, wer diesen Rapper auf jeden Fall, wissen wir wer das ist, wer drückt, auf jeden Fall, einmal gefällt mir, also einmal pro User, und macht einen Kommi und schreibt, ich, Steven Black, ich will ihn sehen, Steven Black, unter diesem Video hier, oben, ist zwar ein anderer Supporter, aber egal, schreibt das auf jeden Fall drunter, und wenn ich sage, es sind genug, die Leute wollen ihn sehen, auf jeden Fall, dann raue ich mit denen direkt ein Video raus, versprochen, direkt ein Video in, was weiß ich, dann fahren wir nach Las Vegas, mir egal, aber auf jeden Fall machen wir ein Video, Peace, wir hören,